game keys und game cards mmo ga dein gaming spezialist mit kampfpreisen zu hause in richtung des pilzes oder geradeaus oder geradeaus vom pilz schatz geradeaus weg warte ich komm mit wo ist der kackpilz da bist du dahinten ist der pilz wo ist der pilz live dabei wo hast du jetzt den pilz gesehen gehabt da ist der rote pilz den hast du gesehen wo müssen wir denn davon hin weiß ich nicht ich hatte dich zufällig gesehen das war bestimmt hier da ist noch ein roter pilz da fängt die problematik an wo ist der flache pilz da hinten ist noch ein pilz ich habe ein ei noch ein ei das hilft nicht zu schlagen werden keine waffen nichts ich glaube weg laufen ist wo bist du eine spinne war noch aber oh mein gott wir werden so sterben ich glaube wir haben uns verloren kann das sein ja wir sind panisch hin und her laufen habe ich habe dich gesehen ja da hinten bist du hilfe hilfe vor allen dingen kann ich gleich nicht mehr laufen ich bewerf den zombie mit dem ei und habe das ist der halbe pilz da hinten ja genau lauf hinter dir ist ein kleiner zombie schaue ich bin im loch gefallen gleich auch ich hatte kleine zombies ins loch gefallen action pur hier ich habe zuhause gefunden ich habe zuhause gefunden ich habe zuhause gefunden da könnte der kleine zombie noch drin sein hier ist alles große ist einfach die hälfte von mir die hälfte von dir ist ja nichts gesammelt du assi jetzt haier machen da ist es weg das gibt es gar nicht alles weg deins ja oder du hast es zufälliger weise aufgehoben na das verteilt sich doch so wird das bett darf nicht in dem boden drin sein dann funktioniert das nicht mehr guck mal nach doch du hast meine axt und alles mein schwert deine schuhe ich bin unten zuerst gestorben tatsache da müssen wir unbedingt nach unten ich mache das hier wieder rein und du sortierst das oder nett ich hoffe einfach dass es so jetzt funktioniert ich habe mir eine blume oh da habe ich eine blume für dich da ist beim wegrennen wir haben auf jeden fall noch freunde draußen ja ich weiß ich habe hier eisen mit rein eisen? ja in der hinteren ja hier kommt eisen rein in die kleine oben aber nicht schlimm kann ich sagen kann auch in den backofen ist ja nicht so dass da die menge eisen noch schon drin ist ich habe eine idee warte mal haben wir noch essen? ja in der unteren mittleren ich glaube mit einem steak dürfte es gehen da müssen wir gleich noch mal essen sammeln ja mit einem steak war das ok warte eine maske für dich brauchst du die? ja zieh sie an der mann mit der scheiße ich bin gar kein mann der mann mit der scheiße ich bin gar kein mann kriegst du auch ganz neue schuhe von mir ich sehe jetzt komisch aus schatz warum? da muss ich so rumlaufen wenn du überleben willst schon ok ich habe jetzt über die lederschuhe und ein anderes in die lederschuhe warte ja deine hose und das oberteil weiß ich nicht mehr wie geht das ist aber scheiße, oder? dass man nicht weiß wie es geht ja ah da bitteschön so jetzt haben wir ein bisschen rüstung jetzt sterben wir nicht direkt kriegen nicht direkt so viel schaden ich habe das gefühl dass der kleine pimpf genau vor der außentür wartet ja komm wir nehmen das fleisch mit ich habe sieben stück dabei ne ist alles tot eieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieie Nein. Ist alles weg, ne? Ich bin da hingefallen. Super. Ja, egal. Wir müssen eh doch runter. So, machen wir hier ein schönes Türchen rein. So. Halten wir doch das Wasser auf. Wir müssen nur gucken, dass wir einen Fluchtweg haben. Ich habe keine Fackeln mehr. Ist das wirklich alles weg? Das war meine letzte Fackel. Hast du dein Holz zufälligerweise dabei? Nein. Okay. Lava ist nicht verkehrt, zu wissen, wo sie ist. Warum? Für... Zum Mitnehmen. Im Eimer. Falls du irgendwas bauen möchtest mit Lava. Wo bist du? Ich bin bei der Lava. In den Gang rein. Das war es auch schon wieder. Mehr ist das nett. Ja, super. Ich bin froh, dass ich den Stein abgebaut habe. Warum? Ja, Schatz, weil ich hier in so ein Loch reingefallen bin. Da unten siehst du, da unten da. Du musst auch alles mitnehmen. Ja, danke. Das ist auch ein Erz oder das Gold? Das ist Gold. Das bringe ich doch mal, ne? Das Wasser müsste jetzt auch weggehen. Ich habe es dann eingebaut. Ich denke... Hier ist noch mehr mit Kohle zusammen. Ja. Ich bin hier oben gerade. Ich gucke mal. Das dauert natürlich auch länger. Wo es Kack-Geräusch herkommt. Ja, ist aber nichts Wertvolles, leider. Gold ist nichts Wertvolles? Im Spiel leider nicht, nein. Nein. Und lässt es mich herabhängen. Vielleicht braucht man es für irgendwas mittlerweile. Du kannst zwar Goldwaffen machen, aber die sind irgendwie vom Schaden her, glaube ich, geringer als alle anderen. Nimm ja nicht die Freude, dass ich Gold gefunden habe. Okay, du hast Gold gefunden. Ja. Mit ganz viel Eisen und sowas. Und Kohle. Und Kohle. Hast du noch dabei? Ja. Okay. Ja, habe ich. Mein Lord. Mein Lord und meine Lady war das, ne? Ja, ich glaube schon. Wie anstrengend. Okay, heutzutage rufen so Robert. Die Reichen. Ach, das gibt es doch gar nicht. Ernsthaft? Sei froh, dass wir so viel gefunden haben. Definitiv. Ja, Kohle ist nie verkehrt. Wir brauchen Fackeln. Ja, ich gehe jetzt schon rum. So. So, so, so. Oh. Weiß ja gar nicht, wie ich hier rauskomme. So. Wo kommst du nicht raus? Ne, ich bin jetzt hinter dir. Äh. Äh, hier hoch. Hier hoch. Ich glaube hier hoch und dann sind wir... Ah ja, wir müssen ja bis ganz oben. Ah, guck mal, da hinten ist noch Kohle. Ach, das war das, wo ich abbauen wollte. Und dann Flop. Und da hinten auch. Immerhin. Hast du das alles weggebuddelt oder war das schon so eine Art Höhle? Das hab ich alles gemacht. Ja, Achtung. Warum? Hast du vieles? Ja. Mach mir das nicht zu, wäre dann eine richtige Antwort gewesen. Ich nehme mal ein paar Steine raus. Ja, ne, das... Hab ich gemacht, hab's auch gefunden. Ja. Ähm, wo kommt denn jetzt... Also hier oben kommen so Sachen wie Kohle, Eisen, alles Edelstein-mäßige, ja genau. Okay, gut. Eisen, Erz. Genau, sowas in die Richtung. Ich hab das Gold nicht. Dann ist Gold vielleicht nur abbaubar mit Eisensachen. Du hast es jetzt einfach abgebaut? Wie mit Eisensachen, wie meinst du das jetzt? So, guck, warte. Es gibt ja einmal Eisen... Ja, ich hab doch hier Eisen... Steinspitzhacke. Wir haben noch Steinspitzhacken. Bitteschön. Bitteschön. Du bist eher der Bauer. Dankeschön. Das hört sich komisch an, oder? Ja. Du bist eher der Bauer. Eisen. Eisen. Stein. Warte, hier. Ja, ich geh jetzt mal Essen holen. Nee, das mach ich schnell. Hab ich es jetzt? Nein, die liegen noch alle da. Ich möchte aber Essen holen. Dann geh doch Essen holen. Mach ich jetzt. Ja? Ich bin emanzipiert. Ey, Mann. Ey, Mann. Ne, es sei ja so aus Spaß so. Ey, Mann. Ey, Mann. Sieppier. Siehste? So in... Ey, Mann. Bist du. Ja, nur fast in die Lava besprochen. Warum bin ich so fröhlich? Jetzt bist du nicht mehr fröhlich. Ist das ein Timer? Ja, bestimmt. Nein. Hast du aber wahrscheinlich aus dem Jahr bestimmt schon rausgehört, ne? Brauchen wir einen? Können sie lang aufnehmen, wenn wir wollen. Das können wir auch machen, ja. Aua. Das habe ich gehört. Du hast einen Huhn getötet. Wie machen Hühner? Na, ma, 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 ma. Ach, scheiße. Ich glaube, ich muss geradeaus wieder laufen, oder? Warum? Was passiert? Ey, Schatz, es ist dunkel und ich weiß nicht, wo ich bin. Ach so. Du bist... Ja, genau. Ja, richtig. Richtig. Jetzt bist du über mir und dann noch ein Stück. Ja, 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 noch ein Stück. Jetzt bist du da. Es ist dunkel. Komm, heimachen. Komm, heimachen. Warte. Hier drin ist es nämlich auch gerade dunkel. So. So, zack, zack. Guck mal. Das ist schön immer. Ja, ne? Kommen wir doch ratzfatz runter und wieder hoch. Du kannst nur nachts schlafen. Ich will. Guckst du, ne? Was macht unsere kleine Farm? Ich glaube, die muss noch ein bisschen... Hast du überhaupt noch... Hast du noch gar nicht gesehen, ne? Ja. Du guckst ja bei mir. Ja, klar. Wir sind ja keine 200 Kilometer entfernt. Stell dir vor, du da so. Und ich hier so. Nein, ich möchte nicht mit dir an einem Schreibtisch sitzen. Nein, ich möchte nicht mit dir an einem Schreibtisch sitzen. Nein, ich möchte nicht mit dir an einem Schreibtisch sitzen. Nein, ich möchte nicht mit dir an einem Schreibtisch sitzen. Vielen Dank.